Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Immobiliarsachenrecht. Und heute wird es dann auch gleich richtig zwielichtig. Es geht nämlich um den Erwerb vom Nichtberechtigten. In der vergangenen Vorlesung haben Sie den rechtsgeschäftlichen Erwerb vom Berechtigten kennen und schätzen gelernt. Sie erinnern sich sicher auch noch an das Schema, das Sie aus § 873 BGB hergeleitet haben. Denken Sie darüber noch mal kurz nach. Und keine Sorge, falls etwas noch nicht so sitzt, wie es sitzen sollte, haben wir Ihnen das letzte Video noch einmal verlinkt, so dass Sie noch einmal nachschauen können. Einigung, Eintragung im Grundbuch, Einigsein zum Zeitpunkt der Eintragung und die Berechtigung haben Sie aus dem § 873 BGB entnommen. Wissen Sie noch, welche Rolle 925 BGB spielt? Wenn Sie sich dinglich über die Übertragung von Grundstückseigentum einigen wollen, stellt § 925 BGB weitere Anforderungen an die dingliche Einigung. Das alles sollten Sie aus dem letzten Video und der Vorlesung mitgenommen haben. Falls Sie sich hier noch unsicher sind, schauen Sie sich wie gesagt ruhig noch einmal unser Video und das Skript von der vergangenen Woche an. Was unterscheidet dieses Video vom letzten? Nun, wie der Name schon sagt, statt vom Berechtigten, werden wir uns heute anschauen, wie man ein Grundstück vom Nichtberechtigten erwirbt. Dieses Video zeigt auf, wie man mangelnde Berechtigung überwindet und trotzdem Eigentümer werden kann. Im Prüfungsaufbau bewegen wir uns daher im vierten Punkt, Berechtigung. Lesen Sie, bevor wir einsteigen, zunächst die § 891 bis 893 BGB durch und überlegen Sie sich, welche Funktionen die einzelnen Normen haben. Sind Sie soweit? § 891 BGB stellt eine widerlegbare Vermutung auf, auf die sich Prozessteilnehmer berufen können. Wer entgegen § 891 BGB behauptet, dass ein im Grundbuch eingetragenes Recht nicht besteht oder ein dort gelöschtes Recht in Wirklichkeit doch besteht, ist dafür voll beweispflichtig. Deutlich spannender sind aber die § 892 und 893 BGB, denn diese erzeugen materiell rechtliche Wirkung. Anders als bei § 891 geht es in § 892 und 893 BGB nicht um eine nur prozessuale Vermutung, sondern um eine materiell rechtliche Fiktion der Richtigkeit und Vollständigkeit des Grundbuchs. Die § 892 und 893 BGB ziehen die Grenze in dem Konflikt zwischen dem Rechtsverkehr, der in seinem Vertrauen auf das Grundbuch geschützt werden will, und dem wahren Rechtinhaber, der seine Rechte nicht verlieren möchte. Strukturell in § 892 und § 893 BGB den § 932 folgende BGB, die Sie bereits aus dem Mobiliarsachenrecht kennen. Nachdem Sie die Normen gelesen haben, wissen Sie, dass für unseren Anwendungsfall, nämlich dem Erwerb von Grundstückseigentum vom nicht berechtigten § 892 BGB einschlägig ist. Bitte lesen Sie nun noch einmal § 892 BGB und erstellen Sie sich ein Prüfungsschema aus dem Gesetzestext. Wählen Sie dann in der folgenden Frage die zutreffenden Prüfungspunkte aus. Wie immer in dieser Serie können Sie dieses Feature leider nicht nutzen, wenn Sie dieses Video auf YouTube sehen. Sehr gut, dann schauen wir mal. Wir können aus § 892 BGB entnehmen, dass ein rechtsgeschäftlicher Erwerb erforderlich ist. Dieses Rechtsgeschäft muss zudem ein Verkehrsgeschäft sein, also Veräußerer und Erwerber dürfen nicht personengleich sein. Wirklich deutlich steht das Verkehrsgeschäft leider nicht im Wortlaut. Die Formulierung zugunsten desjenigen, welcher erwirbt, zeigt aber, dass der Gesetzgeber Personenverschiedenheit vor Augen hatte. Für diese Interpretation spricht auch, dass Gutglaubensschutz Verkehrsschutz ist und der Verkehr muss nur geschützt werden, wenn unterschiedliche Parteien beteiligt sind. Darüber hinaus sollten Sie erkannt haben, dass das Grundbuch unrichtig oder unvollständig sein muss und dadurch den Verfügenden als Berechtigten legitimiert. Dieser Prüfungspunkt ergibt Sinn. Denn ohne Unrichtigkeit müsste das Grundbuch nicht als richtig gelten. Es wäre schon richtig. Ebenso haben Sie herausgearbeitet, dass der Erwerber keine positive Kenntnis über die Unrichtigkeit zum maßgeblichen Zeitpunkt haben darf und kein Widerspruch eingetragen sein darf. Betrachten wir nun die Voraussetzungen im Einzelnen. Als erstes muss ein Rechtsgeschäft vorliegen. Damit fliegt an dieser Stelle schon einmal alles raus, was kein Rechtsgeschäft ist. Das ist der gesetzliche Erwerb, aber auch der Erwerbkraft hoheitlichen Aktes. Das Rechtsgeschäft muss auch ein Verkehrsgeschäft sein. Ein Verkehrsgeschäft ist ein Rechtsgeschäft, bei dem nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise auf der Erwerberseite mindestens eine Person beteiligt ist, die nicht auch auf veräußerer Seite beteiligt ist. Ein komplizierter Satz, der zumindest in den typischen Anwendungsfällen gar nicht mehr so kompliziert wirkt. Sind beide Parteien Personen identisch oder wirtschaftlich dieselben Personen, ist es kein Verkehrsgeschäft. Ebenso ist es kein Verkehrsgeschäft, wenn alle Erwerber bei wirtschaftlicher Betrachtung auch auf der Veräußererseite erscheinen. Also nur auf der Veräußererseite eine Person mehr beteiligt ist. Das Verkehrsgeschäft werden Sie in der Vorlesung noch weiter vertiefen. Insbesondere werden Sie die Übereignung unter Miteigentümern nach Bruchteilen thematisieren. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Prüfungspunkt. Ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten nach 892 BGB ist nur möglich, wenn das Grundbuch im Zeitpunkt der Vollendung des Rechtserwerbs unrichtig oder unverständlich ist, also die dingliche Rechtslage unzutreffend wiedergibt. In der Praxis passiert das eigentlich nie. In der sachenrechtlichen Klausur dafür umso häufiger. In der sachenrechtlichen Klausur hat dann häufig der grundbuchführende Beamte einen Fehler gemacht. Vielleicht hat sich die dingliche Rechtslage auch außerhalb des Grundbuchs geändert, zum Beispiel durch Erbfall. Beliebt beim gemeinen Klausurersteller ist aber auch, dass das Grundbuch eine Eintragung aufweist, die auf einer schiefgegangenen Verfügung beruht. Beispielsweise, weil die dingliche Einigung ex-tun nichtig ist, weil eine der Parteien geschäftsunfähig war oder die dingliche Einigung, nicht die schuldrechtliche, angefochten wurde. Sofern die Prüfungsfrage es zulässt, handeln Sie solche Aspekte vorher ab und vermeiden Sie das alles, hier Inzidenz zu prüfen. Das macht in der Regel niemanden glücklich. Weiter geht's. Der Erwerber darf keine positive Kenntnis zum maßgeblichen Zeitpunkt haben. Welcher Zeitpunkt das ist, klären wir gleich. Erkennen Sie den Unterschied zum Mobiliarsachenrecht? Im Mobiliarsachenrecht verhindert nach § 932 Absatz 2 BGB bereits grobverlässige Unkenntnis den gutgläubigen Erwerb. Während das Immobiliarsachenrecht mit positiver Kenntnis wesentlich höhere Anforderungen stellt. Warum ist das so? Der Unterschied lässt sich auf den Rechtsscheinträger zurückführen. Der Rechtsscheinträger im Mobiliarsachenrecht ist nach § 1006 BGB der Besitz, während der Rechtsscheinträger im Immobiliarsachenrecht das amtlich geführte Grundbuch ist. Und dem, was in deutschen Amtstuben passiert, kann man freilich mehr vertrauen, sagt jedenfalls der Gesetzgeber. Trotz dieser hohen Anforderungen von positiver Kenntnis darf sich der Erwerber jedoch nicht bewusst der wahren Rechtslage verschließen. Muss man nun zum Grundbuchamt laufen und sich Einsicht in die Akte verschaffen, um in den Genuss des Gutglaubensschutzes zu kommen? Nein, natürlich nicht. Das Grundbuch schützt abstrakt. So, nun schulde ich Ihnen aber noch die Antwort auf die Frage, welcher Zeitpunkt eigentlich der ist, zu dem die Gutgläubigkeit vorliegen muss. Absatz 1 des § 892 BGB stellt auf die Vollendung des Rechtserwerbs ab. In § 892 Absatz 2 BGB wird dieser Zeitpunkt nach vorne geschoben. Maßgeblicher Zeitpunkt ist nach Alternative 1 des zweiten Absatzes die Stellung des Antrages auf Grundbucheintragung. Warum die Stellung des Antrages und nicht die Eintragung selbst? Begründet wird dies mit einem Ihnen aus § 878 BGB bekannten Argumentationsmuster. Der durch die Verfügung Begünstigte soll nicht der etwaigen Langsamkeit des Grundbuchamtes zum Opfer fallen. Wenn Sie sich nun Alternative 2 des § 892 Absatz 2 anschauen, dann sehen Sie den Fall, dass der Antrag bereits gestellt wurde und die dingliche Einigung dieser Antragstellung nachfolgt. In diesem Fall ist nicht das Grundbuchamt für etwaige Verzögerung verantwortlich, sondern die Parteien. Relevanter Zeitpunkt ist in diesem Fall dann die Einigung. Man kann also abstrakt sagen, es kommt immer auf den letzten Zeitpunkt an, zu dem die Parteien das Geschehen noch in ihren Händen halten. All das, was passiert, während man auf die Mühlen der Verwaltung wartet, ist unschädlich. Zu guter Letzt darf auch kein Widerspruch nach § 899 BGB im Grundbuch eingetragen sein. Der Widerspruch ist das Verteidigungsmittel des wahren Rechteinhabers, der ansonsten Gefahr liefe, dass seine Rechte auf dem Altar des Verkehrsschutzes durch den Gutglaubensschutz geopfert würden. Damit der Widerspruch den Gutglaubenserwerb verhindert, muss er vor dem Zeitpunkt des letzten Erwerbstatbestandes eingetragen sein. Auch der Widerspruch wirkt abstrakt. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob der Erwerber vom Widerspruch weiß. Wie man einen Widerspruch eintragen lässt, das erfahren Sie in der Vorlesung. So, das soll es zu den Voraussetzungen gewesen sein. Kommen wir zur Rechtsfolge. Also zu der Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die Voraussetzungen für den Gutglaubenserwerb gegeben sind? Das ist eigentlich recht einfach. Dann gilt der Inhalt des Grundbuchs als materiell-rechtlich richtig. Beim rechtsgeschäftlichen Erwerb von Grundstücken heißt das, der Nichtberechtigte wird so behandelt, als ob er zur Verfügung berechtigt wäre. § 892 BGB überwindet die fehlende Berechtigung und der Begünstigte der Verfügung erhält Eigentum am Grundstück. Nun sind wir leider schon fast am Ende unseres Videos. Dennoch will ich Ihnen die guten Nachrichten nicht vorenthalten. Was wir gerade für den rechtsgeschäftlichen Erwerb von Grundstückseigentum durchexerziert haben, funktioniert nach dem gleichen Schema auch in anderen Fällen. Die § 892 und § 893 BGB wirken für alle dinglichen Rechte und schützen so das positive und das negative Vertrauen des Verfügungsbegünstigten. Was heißt nun positives und negatives Vertrauen? Das klingt recht abstrakt, lässt sich aber einfach veranschaulichen. Positiver Vertrauensschutz heißt, eingetragene Rechte gelten als bestehend und der Verfügungsbegünstigte erhält das Recht mit dem buchmäßigen Inhalt und Rang. Positiv bedeutet hier also, geschützt wird das Vertrauen des Verfügungsbegünstigten darauf, dass alles, was positiv im Grundbuch steht, auch so ist. Wer also ein Grundstück von jemandem übereignet bekommt, der als Eigentümer im Grundbuch steht, der darf sich darauf verlassen, dass das auch stimmt. Negativer Vertrauensschutz ist einfach das Gegenteil davon. Nicht eingetragene oder gelöschte Rechte gelten als nicht bestehend. Geschützt wird also das Vertrauen des Verfügungsbegünstigten darauf, dass Rechte, die nicht im Grundbuch stehen, auch nicht existieren. Der Verfügungsbegünstigte kann so ein tatsächlich mit dinglichen Rechten belastetes Grundstück lastenfrei erwerben. Quasi die belastenden dinglichen Rechte gutgläubig weg erwerben. Stellen Sie sich vor, eine Bank hat sich zur Sicherheit eine Grundschuld an einem Grundstück bestellen lassen. Dieses wurde aber nicht eingetragen. Erwirbt nun jemand Eigentum an diesem Grundstück, darf er sich darauf verlassen, dass tatsächlich keine Grundschuld vorliegt. Damit sind wir für heute auch schon durch. Ich wünsche Ihnen viel Freude in der Vorlesung, in der Sie die besprochenen Aspekte noch vertiefen werden. Damit Sie in der Vorlesung nicht wie der Ochs vom Berg stehen, lesen Sie sich bitte noch ein paar Normen durch, bevor Sie in die Vorlesung gehen. Das sind für den Widerspruch die Paragrafen 894 und 899 BGB sowie für den gutgläubigen Erwerb eines Grundstücks von einer GbR und dem gutgläubigen Erwerb von Zubehör die Paragrafen 899 a und 926 BGB. Wie gehabt, zum Abschluss noch ein paar Selbstkontrollfragen, anhand derer Sie Ihr Verständnis prüfen können. Wie immer vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Video.